Ich bin Mutter, ich bin Hausfrau, ich bin Köchin und ich wasch den Wagen. Ich hab tausend Jobs auf einmal und alle unbezahlt. Ich bin Putzfrau, ich bin Ärztin und Expertin in Beziehungsfragen. Und wenn mich jemand fragt, wie kriegst du das bloß hin? Ist doch easy, super easy, weil ich tausend Frauen bin. Als die Vertreterinnen der Business and Professional Women, die Initiatorinnen dieses Equipay Days in Deutschland, heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen, begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Schon halb sieben, der scheiß Wecker hat mal wieder nicht geläutet. Oh je, es ist höchste Zeit. Auf, aufgewacht, mein Kleines, der Tag beginnt. Komm, komm schnell, wir müssen uns beeilen. Wenn wir nicht Punkt sieben vor der Kinderkrippe stehen, werden wir nicht mehr reingelassen. Die Tante schickt uns nach Hause. So, jetzt waschen wir uns noch das Popöchen. Steh nicht weinen, sonst weckst du den Papa auf. Gut, das wär geschafft. Wie spät? Mein Gott, höchste Zeit. Hä, was ist denn heute für ein Tag? Sonntag? Wie ich mir gedacht habe, wie ich mich hier vorstelle, sind mir so Begriffe bekommen, wie ich bin die Hausherrin des Hauses. Das ist an sich ja schon sehr irritierend. Jetzt wäre die Möglichkeit gewesen, ich bin die Hausfrau des Hauses. Das geht gar nicht. Und ich weiß noch genau, wie wir 2007 gestartet sind. Es war auch um den 20. März rum. Und wie wir erst versucht haben auszurechnen, stimmt das denn wirklich? Ist denn das jetzt wirklich der Tag, bis zu dem Frauen einfach länger arbeiten müssen, um das Gleiche in der Tasche zu haben wie Männer? Sie haben ein Problem, Frau? Ich fühle mich wohl damit, weniger Geld zu bekommen als Männer. Ich werde gerne bestraft, denn ich bin unvollkommen. Ich habe meinen Beckenboden nicht ausreichend trainiert. Ich muss mich enthaaren und sehr starkes Deo benutzen. Ich muss Tampons einführen mit einer doppelten Schutzzone. Ich muss Kapseln essen gegen Osteoporose und vorsorglich gegen Klimakteriumsbeschwerden. Auf jeden Fall aber habe ich Hormonschwankungen. Und bin während meiner Periode nicht zurechnungsfähig. Da fällt mir ein, was habe ich denn davon? Er blamiert sich, aber ich bin leider tot. Wie ungerecht, wie ungerecht. Der Lump, doch weiter lebe ich dagegen. Nein, lebe wohl, Geliebte. Lebe wohl, Geliebte. Immer, immer soll dein Segen um mich sein. Immer, immer soll dein Segen um mich sein. Men, immer soll dein Segen um mich sein. Zungen, das ist ja so wichtig. Das hat mich angeht. Vergnügen Sie mir noch eine考慮ung.